Es geht weiter mit Ghostbusters, der Videogame Remastered. Wir sind jetzt in der Bibliothek und suchen nach der grauen alten Dame, falls ihr sie schon kennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr versaut mir meine Einleitung. Ähm, ja, was ich sagen wollte, die graue alte Dame, die ist ja im ersten Film dazugekommen. Also die war auch nur kurz zu sehen und die Ghostbusters haben sie nie gefangen, deswegen sagen sie, diesmal fangen wir sie. Also, auf geht's. Wir suchen die alte Dame. Äh, what? Okay. Zumindest kommen wir jetzt rein. Wherever you are. What the fuck? Oh, das ist geil aus. Wie es den umgehauen hat. Oh, Ray. Gott, ich hasse das mit Kindern. Das ist fast wie ein Horrorspiel. Kinder brauchen nicht dabei sein. Okay. Ich denke, sie versuchen, uns etwas zu erzählen. Was hat er noch zu collecten? Ach ja, das ist schon gruselig. Mit kleinen Kindern. Also zumindest die Geräusche. Bye. Bye. Da ist irgendwas. Ach, blau heißt, wir können Artefakte sammeln. Oh Gott, dann habe ich das ja voll vercheckt am Anfang. Was waren das für Geräusche? Oh Gott, was ist das denn? Ja, Ray, renn mir noch einmal in den Strahl. Ich bin gezwungen, dich leider umzuhauen. Okay. Boom. Ich wusste nicht, dass diese Umgebung existierte. Sieht, wie die Janitor nicht. Das letzte ADD. Boom. Junge, dann machst du nicht noch mal. mich so zu erschrecken sagen es ist eine persönliche sache zwischen euch der grauen lady hier packt hat nicht an rei packt es nicht an rei lass es sein auch gott ray du idiot oh gott warum hast du das angefasst gott der überhitzt so schnell und jetzt kommen auch noch die haut ab oh gott oh gott oh gott komm holt ganz schön viele freunde oh gott es wirft nach bücher nach mir es wirft mit büchern nach mir gott was mache ich nur mal eben ein geist gefangen während die bücher uns angreifen war meine falle ray ne egen wo geht es jetzt weiter ach da da ist die alte lady ja wir wissen es wir sind doch leise äh what creepy damit hast du vollkommen recht gott hört auf mit sachen nach mir zu werfen dieser stuhl tischt entnervt okay na komm doch und da fangen wir oben an okay ich lasse die säule lieber mal stehen hä warum geht das jetzt nicht okay okay wir schieben den mal weiter weg okay dann haben wir noch nee komm mal hierher hallo es ist nicht so einfach wie es aussieht die freunde okay und durch da ach so da lang okay verdammt das war im film gar nichts zu sehen ja egon du hast wieder ja das ist da oben das sieht man noch das ist ja wohl nicht zu übersehen muss ich nicht suchen ach nee äh ah jetzt drücke ich auch noch y ich trottel oh gott das war so klar auf ihn und er geht wieder mal auf mich hau ab ich hab dir nichts getan ich hab noch zwei andere kollegen nimm die komm schon junge bam oh gott oh gott wer bezahlt das alles nur ich nicht wo sind wir hier die kann nicht fliehen hallo das ist ein geist die kann durch wände äh what was ist das oh und hau ab lass mich in ruhe oh gott ich hab schon wieder kaputt gemacht mach das doch oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott und jetzt muss ich hier durch oder wat ah soll dat Azubi heißen und nicht Zubi oder sagen die in den USA Azubi ok ist schon ausgerüstet oh gott uh what Das ist einfach. WTF? Was ist los hier? Warum ich immer? Mach dir doch. Warum muss ich das immer machen? Hauptsache den Frischling vorschicken. Ist ja nur Kollateralschalen, wenn ich draufgehe, ne? Ich nehm dir mal das Buch weg. Danke, Lady. Er schüttelt mit dem Kopf. Boah, da ist das Skelett von der... Was sind das hier für Zeichen? Da können wir jetzt gehen? Hallo? Lass mich hier raus. Oh, da ist sie wieder. Hallo? Oh Gott, die dreht ja völlig frei. Wir siegen die Bibliogitar. Oh Gott, wir müssen, glaube ich, die Bücherregale... Oh Gott, das tut weh. Aua, aua, aua. Er war ein bisschen... Oh Gott, ich hab grad einen. Oh Gott, ich kann sowas von gar nicht zielen heute. Oh Gott. Oh Gott, Lady. Ich hab ihnen nix getan. Er hat mich voll aus den Socken gehauen. Es ist echt schwer, die Dinger zu treffen. Gott, dann drehen die sich auf einmal wieder zurück. Okay. Okay, eins noch. Und das zweite Mal ausgehauen. Okay, wir haben sie. Was ist denn mit der los? Lady. Ich möchte keine Staubsauger kaufen. Ich nehm... Das ist meine Falle. Sie kommt in meine Falle, nicht in eure. Yes, Baby. Wir haben sie. That wasn't as tough as it should have been. I was just thinking of the same thing. It was almost too easy. Like she wants us to have the codex. Yes, like she wanted us to blast this room apart. But why? Äh, what? Oh, was ist das denn? Kann ich das scannen? Äh, was? Ich soll das Ding in berühren? Na gut. Äh. Was? Wo sind wir? Sieht aus wie ein Spukschloss. Okay. Wartet auf mich. Was? Nein! Oh Gott. Ich bin in der Geisterwelt gefangen. Well, they're certainly aware of our presence. Aber ich kann ja auch ein bisschen springen und ausweichen. Nicht mit mir, Freundchen. Oh Gott. Daneben. Daneben. Oh. Bam. Jungen, du legst dich mit dem falschen Geisterjäger an. Okay. Äh. Okay, ich geh mal hier lang. Okay, ich komm genau auf der anderen Seite raus. Was passiert denn, wenn ich hier lang geh? Gar nix. Okay, ich denke mal, wenn ich auf der anderen Seite reingehe, komm ich auf der anderen Seite raus. Das heißt... Ich muss einen Ausgang finden. Oh mein Gott. What the... What the... Hä? Was ist denn hier? Hä? Hä? Hier gibt's nix. Dann gehen wir wieder zurück. Und wir gehen auf der anderen Seite hoch, glaube ich. Ein bisschen Beeilung hier. Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ey, da unten ist noch ein Portal. Achso, nee, da bin ich hoch. Hau ab, Mister. Aua. Oh, was passiert denn, wenn ich hier umfalle? Ist dann die Mission fehlgeschlagen, oder was? Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nix getan. Was ist denn mit dem Falschen angelegt, Freunde? Oh. Egon. Schön, dich wiederzusehen. Okay. Gott, Junge. Geh mir aus dem Weg, ey. Noch ein. Ach, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Achso, musst du Ray... Musst du Ray erst mitmachen, oder was? Wie ein Profi, ich hab da alles selber gemacht. What the fuck? Was passiert hier? Das ist ja wie in einem Indiana Jones Film, nur ohne Slyb. Ich geh schon mal vor. Was soll das Ganze? Die wollen nicht alle erhören. Hallo, Mister. Achso, ich muss das warten, bis das aufgewandt... Bis das sich auffüllt unten in die Schmetterleiste. Oh, der ist ein bisschen schwer. Okay. Geht's hier irgendwo? Eigentlich will ich da nicht durch, weil wenn sie magischerweise eine Tür aufgeht, in der Geisterwelt, ja, wo ich gefangen bin. Schnell durch, schnell durch. Lasst mich in Ruhe. Äh. What the fuck? Ach, da unten ist Ray. Hat hier jetzt jeder seine eigene... This dimension is extremely volatile, it seems to be tearing itself apart. We need to get out of here. Freunde, das gefällt mir gar nicht. Oh no. Did you see something scary, Egon? Stairs. Lots of stairs. Kommt schon. Dann gebt euch. Boah, hier sind so viele auf einmal. Aua, das tut weh. Gott, das reicht mir jetzt. Hallo. Ey, so viele hier. Hau ab. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Wie viele gibt's denn hier von euch? Ach, ich vergaß. Ich bin in der... Der Geister... Geisterwelt, okay. Eigentlich müsste das Ding voll ausschlagen in der Geisterwelt. Ja, wir passen auf. What the fuck? Oh Gott, oh Gott. Warum ich mit so einem Ding, wenn zwei nebeneinander stehen, warum ich da nicht gleich zwei ausschalte? So. Äh, okay. So. Ah, ich seh da Schleim. Was ist denn hier noch? Äh, wieso steht hier alles auf der Decke? Auf dem Kopf? So, Freunde. Aber, ich seh schon, ich hab schon wieder ein paar Minuten überzogen. Äh, ich würd hier erstmal Schluss machen. Und wir werden dann sehen, ob wir in der nächsten Folge endlich aus dieser verdammten Geisterwelt entkommen, aus dieser großer Formation, oder ob wir hier noch weitergefangen bleiben, ja? Ansonsten, ich wünsch euch noch einen angenehmen Tag und macht's gut reingehauen und ciao. Oh. Oh. Oh.